Ja, heute geht es um F1 2016. Genau. Das Motorhome im Karrieremodus. Die CD. Dann hier auch wieder das Heft. Aber hier ist dann die Steuerung für Controller und für Lenkrad. Und dann hinter dem Heft hier ist dann halt noch der Code für diese Sache hier. Und ja, das war's. Tschüss. Das Motorhome im Karrierem. Das Motorhome im Karrierem.